so einen wunderschönen sonntag mittag das video ist für den luca da möchte gern landau in der pfalz mal umflogen haben das mache ich natürlich ne und ja da habe ich das passende flugzeug jetzt gerade gefunden also gefunden das stand irgendwo also hinten im hangar also hinterm hangar irgendwo halt da in die büsche sieht man ja dreckig rostig neue batteriereihe habe ich gedenken das ding funktioniert gucken wir mal was passiert so natürlich von innen auch ganz schön abgeranzt ja also ich habe das ding ja ich habe das geschehen gefunden dass die lackierung war ich finde das geil ja genau so schaut so aus wunderschön so jetzt ja gut dann starten wir noch mal das abenteuer so ob die jetzt auch läuft weiß ich natürlich nicht wir probieren mal wie immer ich weiß bis jetzt nicht was es warum wieso also ja gemischhebel reich sollten wir auch noch machen ja die will jetzt die will einfach nicht muss beides auch sein kann ich auch nicht sein ne ok da hilft auch nichts dann machen wir es halt automatisch so wie können strobos nach floyd schön steuern wir davon war möhre läuft na das ding geht doch ne funktioniert doch alles ist doch gut das ding solange sich der quill da vorne dreht fliegt das teiler so gut ok dann rollen wir mal zur stoppen da waren 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 noch wir könnten uns ja melden, antwort gibt es ja das ist ja normal nix Moment, das muss ich jetzt ändern das geht ja mal gar nicht äh 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 man kann es doch irgendwo ändern hm aha achso, ne, das ist schon das nicht der ist doch lässig aber das wollte ich ja gar nicht, ich möchte doch, ich möchte doch, ich will doch, ich möchte doch ändern ja gut, okay, dann bleibt das jetzt immer noch weiblich gut, also dann geht's ab dann geht's dann geht's dann geht's so, ein bisschen höher so, ein bisschen höher was sag ich, die Möhre fliegt ne ja, das wird Möhre kommen, wenn ich so eine Klappe drüber rein mache guh so, ein bisschen höher das le user zu dann geht's dann geht's dann geht's dann geht's Jetzt gucken wir mal, ob wir so Eingedrinken kriegen. Jetzt werden wir so ein bisschen umfliegen. 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 So. 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 And here is he. So. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020